Ich habe die Füße gehört. Wir müssen erzählen, was ein Tier ist, was Gott nennt. Wir schauen auf Bilder und sehen, dass jetzt etwas fehlt. Wir müssen zeigen, welches Tier fehlt in diesen Bildern. Das ist sehr schön. Wir lernen den Namen der Tiere. Wir müssen die Tiere, die fehlen, sagen. Ich finde dieses Volk sehr gut und es ist gut, weil es macht Spaß und es ist interessant. Das ist sehr schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017